der killt uns leute der killt uns kein joke das ist kein spaß der killt uns der schaden ist doch letztlich ist der schaden letztendlich was ist denn mit dem das ist doch nur ein vorstelker scheiße so dumm irgendwann später ja ich habe mir jetzt energy geholt beruhigt mich beruhigt habe ich mich aber noch nicht cool unsere einzige chance reiko zu besiegen ist gerade gegen vorstelker gestorben letztlich haben ich bin ehrlich mit euch die challenge ist vorbei aber wir müssen es versuchen glaube ich mit thalos das ist halt ich will nicht ich will echt ich will überhaupt das neuen level unterschied es ist nicht machbar ich muss es versuchen keine andere alter ist der schaden ledschild was das game over das game over 1 game over reiko mit munterkeit 1 2 4 4 5 6 5 5 5 6 5 6 8 8 9 5 6 6 komm komm stirb Junge Vietnam flashbacks ich danke dir für alles Ruhe in Frieden alexandrit und ich verspreche dir ich werde Katjes bis zum Ende ihrer Tage mit allem beschützen was ich habe um dir zu ehren weil du dasselbe getan hättest danke Thanos für alles du ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020